ja hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Test Letzt Test Mohun 2 und dann fangen wir gleich an so jetzt schießen wir mal ein paar Hühner ab in den Frosch und jetzt ein paar Hühner und jetzt haben wir Minuspunkte naja egal das Spiel ist im Zalt aber da haben wir gerade ein großes Hund erlegt okay 53 Sekunden ja wie man sehen kann oben links den Timer und man muss da in den Timer ein Rekord schaffen also jetzt eine hohe Punktzahl ich habe erst 197 und jetzt habe ich richtig viel okay noch 24 Sekunden und dann sind wir auch schon fertig auch mein großes Huhn und jetzt läuft der Timer jetzt ab und ich hoffe es hat euch gefallen tschau ein Rekord ein Rekord ich habe jetzt ein Rekord Vielen Dank.